Und damit willkommen zurück Gryffindor Fire Gryffindor klingt am besten Ich habe gehört, Dumbledore war auch einer Ja, das ist richtig Dass der Albus Percival Wolfick Brian Dumbledore auch ein Gryffindor war Gut, dann schauen wir doch mal, was es zu bieten hat Sammelrote Edelsteine in Rätsel, bla 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 Okay, das kennen wir schon Stumpfe Aufstieg, jetzt sind wir 22 Danke, aber das war jetzt ziemlich unnötig Ja genau, zur Oberverbesserung Accio Edelstein 2 Accio Gem Heißt das Accio oder Accio? Schreibt das mal in die Kommentare Wenn ihr Lust dazu habt Und wenn ihr es wisst So, zack Dann sind wir jetzt beim Aufnahmetag Von der halben Stunde und endlich Habe ich hier im Video eigentlich nur 4 Minuten oder so Zack Dann hier, einmal hier Nutz Farbtäger Ganz bestimmt mache ich das nicht Wegen einer halben Stunde und endlich Das lohnt sich nicht Zack, Level 177 55 Grüne 116 Eisschorle 20 Lampen So und dann zaubern wir jetzt doch erst einmal was Zack In Flammare Und damit erleuchten wir jetzt hier schön die Lampe Zack, hier gab es jetzt so richtig Doppelbombe Die ist echt gut Zack Dann nochmal In Flammare Zack Und damit erleuchten wir jetzt schön hier alles Und zwar Olumes benutzt Aber wir wollen ja die Lampe hier anmachen In Flammare Zack Das war jetzt auch das letzte Mal Mit dem In Flammare Zauber Zack Jetzt schauen wir mal Vielleicht haben wir Glück Ich könne Den Beutel Irgendwas Gutes reinbauen Genau So zum Beispiel Zack Hätts ja blau Aber hätte auch die Schlüssel nehmen können Da hätte mir aber die Gefahr gehabt Dass wir es nicht schaffen Zack Danke für die 26 So einsammeln 75 XP Das nehme ich ja gerne mit Zack Level 178 12 erinnere mich 22 Bücher Eine Karte des Rundreibers So dann So dann So dann Hier die Runde Ich muss die nämlich auch wegmachen Nur nochmal zur Erinnerung Die erinnere mich Das muss ich mir zweimal Das machen So dann überdenken Hier nochmal die Benachrichtigungen Ich merke es immer erst später Dass ich nicht stören Nicht ausgeschaltet habe Äh eingeschaltet habe Nein So dann ist hier auch schon die Karte weg Dann haben wir hier nochmal blau So dann wird es jetzt spannend Wie komme ich denn hier dran Ja da haben wir hier die hübsche Bombe Hier geholt Jetzt wie komme ich aber an Das erinnere mich dran Ach ok Perfekt Dann Arsch Ne Das sag ich jetzt nicht So So genau Noch zwei Züge übrig Und wir bekommen 103 50 Von den Gryffindor Dingers Da So dann Hier 21 Eisblöcke 127 Eisscholle 75 Gelbe Akio Geflügelte Schlüssel Ah Danke Dann holen wir jetzt nochmal hier Akio Geflügelte Schlüssel Hier Genau Akio Geflügelte Schlüssel Zack So dann dauert es jetzt aber glaube ich ein bisschen weniger Also falls ihr euch fragt was unter den komischen Kartons da ist Das sind diese Koboldsteine Akio geflügelte Schlüssel Und da kommt nochmal die Wärtschte Welle An Schlüssel Zack Dann haben wir hier nochmal Glück gehabt Dass wir so Guter Beutel bekommen Und jetzt hier den Beutel nochmal Mit ein paar hübsche Schlüssel Zack Hier wurde es jetzt ein bisschen problematisch noch am Schluss zu gewinnen So Zack So doch nicht ganz Ich freu mich jetzt jetzt hier nach rechts Und wir haben gewonnen Ein Bonuszug hätte mir noch übrig gehabt Aber egal Sodann ich es zum ersten Mal gewonnen habe Wir haben jetzt 282 bekommen Ätel 180 Nein Ich denke nicht Ich lasse es irgendwo Wo es Longbutton Nicht finden kann Draco Du bist ein Doofkopf Echt So 2,30 Lampe Entsprechende Hut 3 Wieder die Runde geben Incendio Worteil Level 3 Also ich wäre am besser Wenn ich die Herausforderung Damit verkacken würde Incendio Dann geht es weiter Zack Dann hätte mir hier schon mal das Buch Aber ich mag die Laternen nicht so Problemisch Wenn man die Man kann die ja Diesen wie so Blocker Die die Extras Die draufschießen Einfach blockieren Und das finde ich Doof Ganz schön doof So aber ich habe hier immer noch die Karte dabei Zack Und Sieg So und zack Dann sind wir jetzt bei Rätsel 181 So das Einfach 57 Birdiebots Drohne Dieses Level habe ich mindestens 5 Mal gespielt Mal zur Erinnerung Ich Sag es glaube ich 100 Mal Und zwar jedes Mal In jedem Level Ich spiele die Levels Wenn ich das Level verliere Seht ihr das nicht In der Aufnahme Es sieht nur Wenn ich gewinne Deswegen ist das auch so aufwendig Zack Danke Schatz Und deswegen gefühlt sich auch manchmal die Karte hier schneller auf Das heißt es ist mehr Arbeit Wie ihr euch denken könnt Oder so Sag ich jetzt mal so Zack So wie dass ich das noch schaffe Hm Genau Zack Perfekt Da her Und die Reihenwoge Die mir jetzt hier noch geholfen hat Perfekt 54 Gryffindor Dinger Inzel 182 70 Grüne 80 Gryffindor Erholkurzfahne Wingardium Leviosa 12 Erinnermichs Und 44 Eisschuld Zack Danke Hagrid Für deine Hilfe Dann machen wir jetzt hier das Zack Also auf jeden Fall ist es so Dass ich Wenn ich mir der Computer kaufe Zuerst einmal E-Hait-Cit kaufe Und irgendwann später Geh mir nun Kaufe ich mir dann auch ein Mikrofon Oder ich mache es irgendwie anders Keine Ahnung Das weiß ich bis jetzt noch nicht Auf jeden Fall Entweder spiele ich es auf dem Computer weiter Hier das Spiel Oder Perfekt Danke Gutes Spiel 76 Multiplikator mal 3 Das sehen wir einfach dann mal 75 Gelbe Äh 25 Gelbe 25 Grüne Und äh 10 Bücher war es glaube ich Genau Also ich spiele es auf jeden Fall dann auf dem Handy weiter Das Karte mache ich dann am Computer Oder so Genau Nachfüllzauber Das ist jetzt ganz schön nett Zauber dann schon Schäden wir mitgewonnen Zack Ich glaube es ist mehr wie Einzug Ich hätte mir das nicht mehr geschafft So zack 13 184 Hast du schon gehört? Harry Potter ist der neue Sucher für Gryffindor Ich wusste immer, dass er das gut machen würde Sir Nicholas de Mincy Poppington Ah und da reißt er sich auch schon den Kopf ab Also natürlich kann er das nicht, weil er ist ja der fast kopflose Nick Seht ihr es nochmal Er ist fast kopflose Nick, weil er mit einer stumpfen Axt hingerichtet wurde Aber so schlecht hingerichtet wurde, dass er nicht gestorben ist So, äh Zwischenstand 61 Eisschorle 2 Schokofrösche Und Ich glaube 4 war es gerade eben Keine Ahnung 4 von den Hogwartsflaggen da So Schokofrösche, die sind einfach nur lästig und nervig So Einer fehlt uns noch Dankeschön Übring uns dies Beuteldingsbums So Sack Genau Und jetzt noch den hier 4 Züge übrig Perfekt So Dann sind wir auch schon Ja 3 98 Dann sind wir auch schon beim Ende Dann machen wir mal hier das unnötige Sterne-Paket noch auf Haben wir schon Haben wir schon Dankeschön spielt für die Schlaue Idee So doofe Sterne-Pakete zu machen Wo einem nix bringe So Dann machen wir jetzt hier die Level 1er-Druhe auf 75 XP Ja Ich weiß gar nicht mal wie viel Zeit mir noch habe Aber egal Dann sage ich Danke fürs Ansehen Leute Lasst ein Like und ein Abo da Und möge Harry Potter mit euch sein